Ich soll dich interviewen. Ja, super. Herr Kling, was hat sie dazu getrieben, diesmal selbst Regie... Das ist irgendwie ganz seltsam, wenn du mich Herr Kling nennst. Herr Bulschitzki, selber Regie geführt, bla bla bla, warum? Warum nicht? Wow, nicht zu viele Worte auf einmal, bitte. Okay, pass auf. Also, einen Film zu machen ist ungefähr so, als versucht man einen Felsbrocken von einem Berg runter zu stürzen. Es ist super schwierig, man schafft es nicht alleine. Wenn man den Fels erstmal losgetreten hat, ist es schwierig, die Richtung zu ändern, deswegen ist es gut, wenn man beim Lostreten dabei ist. Manchmal wird man vom Fels überrollt. Kennt ihr das, wenn man im Gespräch mit jemandem sitzt und plötzlich läuft dem eine Metapher amok? Man muss den Felsen ja nicht nur lostreten, man muss den ja auf dem Weg ins Tal behauen. Was würdest du sagen, waren die Hauptschwierigkeiten? Abgesehen von deinem Verhalten am Set? Der kategorische Aperitif. Hopp, hopp in den Kopf. Davon abgesehen. Die Antwort erspare ich euch, die war zu langweilig. Ich muss sagen, diese ganze Prozedur hat meinen Blick auf Filme an sich verändert. Das habe ich schon gemerkt. Inwiefern? Na, wenn wir ins Kino gehen und der Film enttäuscht irgendwie und ich meckere wie früher, dann sagst du neuerdings immer, aber hast du auch nur eine Ahnung davon, wie viel Arbeit das gewesen sein muss? Die haben sich bestimmt voll Mühe gegeben. Ja, das kann man doch mal anerkennen. Filmleute sagen übrigens gern und häufig, dass ein Film dreimal entsteht. War das eine Frage? Ich habe irgendwie das Fragezeichen verpasst. Erörterere. So, mit Einleitung, Hauptteil Schluss. Okay. Du? Das war die Einleitung. Kannst? Das war der Hauptteil. Mich mal. Das war der Schluss. Jetzt reiß dich zusammen. Glaubst du, mir macht das Spaß? Auf eine sadistische Art und Weise, ja. Möglich. Also, ein Film entsteht dreimal. Ja, so sagen Filmleute häufig. Zu häufig eigentlich. Beim Schreiben, beim Drehen und beim Schneiden. Schreiben fand ich natürlich super. Ja. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich, glaube ich, nie wieder so frei ein Drehbuch schreiben kann. Zumindest nicht, wenn du den Quatsch danach selber umsetzen musst. Ja. Was habe ich nun getan? Ja, Kaninchen zum Beispiel machen einfach nicht, was man aufgeschrieben hat. Können ihren Text nicht. Haben wahrscheinlich kein einziges Mal ins Drehbuch geguckt. Und wie war der Dreh für dich? Ich musste ja feststellen, dass das angeblich so glamouröse Filmgeschäft hauptsächlich aus Warten und Frieren besteht. Ja, also ich hatte befürchtet, dass es das anstrengendste und stressigste werden würde, was ich je gemacht habe. Und? Ja, war so. Aha. Ansonsten habe ich mehr als einmal die Autoren verflucht, die sich so unverfilmbares Zeug ausgedacht haben. Kaninchen, mehr Drehorte als Drehtage, die ätzendsten Motive überhaupt. Ein Bahnhof, eine Messe, eine Kirche, ein Flughafen, ein Tagebau. Fehlt ja eigentlich nur das Weiße Haus und der Kreml. Ja. Fun Fact, als wir bei einem hiesigen Tagebau angefragt haben, ob wir da drehen dürfen, hieß es, ja schon, aber nur wenn es in unserem Film thematisch nicht um menschengemachte Umweltzerstörung gehen würde. Und es war dann natürlich Pech, weil unter all den Myriaden von Themen ausgerechnet das eine gerade unser Thema war. Witzig. Ja, im Nachhinein. Okay, bla bla bla, erzähl was über das Schneiden. Schneiden ist wie ein 10.000 Teile Puzzle machen, man hat aber 100.000 Teile. Sorry Leute, hier habe ich wieder eine dieser Metaphern getriggert. Und die sind doppelseitig und du kannst auch verschiedene Bilder daraus puzzeln. Und du kannst die Teile auch auseinanderschneiden und neu zusammenkleben. Also interessanterweise hasse ich Puzzeln, aber das Schneiden hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das Beste ist, man kann so schön über den Regisseur schimpfen und den Murks, den er gedreht hat. Was habe ich nur getan? Noch ein Funfact zum Ton? Ja, ich habe gelernt, dass der natürliche Feind des Sounddesigners, der, rate mal. Keine Ahnung. Ornithologe ist. Ja, weil da hat man so ein Loch im Ton und dann packt man einfach so einen kleinen Vogel hin, denkt sich nichts Böses dabei. Kann man sich sicher sein, dass zwei Tage nach der Premiere jemand anruft und sagt. Der Brunftschrei des Distelfings im April in Kreuzberg. Ich glaube kaum. Zu guter Letzt möchte ich noch ein heikles Thema ansprechen. Es gibt ja diese Verschwörungstheorie. Du hast ein Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja, wie soll ich sagen, es gibt Leute, die behaupten, es gäbe dich gar nicht. Wie bitte? Diese Leute behaupten, ich hätte mir meinen Kleinkünstler-Mitbewohner nur ausgedacht. Da fällt mir nichts mehr dazu ein. Aha. Irgendwelche letzten Worte? Ja, ich hoffe natürlich, dass deinen Fans der Film gefällt. Wir haben uns auf jeden Fall voll Mühe gegeben. Herr Bulschitzki, ich danke Ihnen für dieses viel zu lange Gespräch. Du mich auch. Ja, ichätze. Nu tackt. Ja, ich Breakfast ist in der Film. Dein Sie ist ein Café. Wir fahren também nur im Zug.